Wie ist der Zug zum Tor? Von mir aus gesehen sind wir schon mit, was nicht zu wenig Motivation statt. Da ist mir viel gekommen. Der Zug zum Tor ist einfach nicht da gewesen. Der letzte Wille, ein Tor zu schießen, hat von mir aus gesehen gefällt. Von mir aus gesehen ist eines der wichtigsten Spiele, damit wir das Momentum mitnehmen in die Playoffs. Danach starten die wichtigen Spiele. Und dann muss man einfach alles mitnehmen, in Schwung mitnehmen und schauen, dass man gut in die Playoffs starten kann. Wie ist der Zug zum Tor? Die Technikale, Technikale, Dinge wie so. Sie verlieren die Box und geben ein paar Goal. Aber es passiert. Es passiert manchmal. Es war, wie du sagst, das war der beste Spiel. Ja, es war nicht der beste Spiel. Aber es war nicht der Beste Spiel. Es war nicht der Beste Spiel. Ich kann nicht sagen, dass es ein Beste Spiel ist. Aber es ist ein ziemlich starkes Spiel. Wir hatten eine Scoring-Sansicht. Wenn wir 5-2 haben, dann alle sagen, dass es ein guter Spiel ist. Aber wir haben 2-3 gespielt und alle denken, dass es ein Beste Spiel ist. Das ist so, wie es ist. Es ist immer ein Resultat. Es ist immer ein Resultat. Es ist immer ein Resultat. Aber wir müssen sehen die Resultat. Es ist immer so. Es ist einfach so. Es ist leicht zu sagen, dass es ein guter Spiel ist. Oder es ist ein guter Spiel. Oder es ist ein guter Spiel. Ich glaube, es war nicht ein guter Spiel. Aber wir haben immer noch etwas verloren. Wenn wir in die Welt gehen, dann kommen, dann kommen wir da rein. Die Hoca sind die Vorstellung, den ersten Spiel, der im Spiel ist. Das ist das große Verkaufbau. Es ist der letzte Spiel, so die Broaterne. Wir brauchen auch die Anpassungen. Wir brauchen die mentalität. Wir brauchen die Anpassungen. Es ist nicht so, dass wir die Stücke haben und wir haben viel Druck, dass wir gegen wen oder so spielen können. Es ist eher so, dass wir wissen, wie wir spielen können. Nicht zu relax, aber zu relax und mit gutem Hoffnissen werden, aber es wird immer noch etwas schwerer als heute. Wir müssen bereit sein, dass wir im Netzwerk bereit sind.